Hey Leute, herzlich willkommen. Kurze Info für euch. Ja, das wird heute mal wieder ein Prank an Danja. Und zwar möchte ich ihr erzählen, dass Piggy jetzt auch in Mad City ist. Ja, Piggy ist jetzt fast in jedem Spiel, auch bei Mad City. Und ich werde das ganze Video über so tun, als wäre Piggy in Mad City. Und wenn man Piggy sozusagen, wenn Piggy einen erwischt, dann ist der ganze Spielstand weg bei Mad City. Man muss von vorne anfangen. Ja gut, bei Danja macht das kein Problem. Aber wir werden mal gucken, wie sie reagiert und wie das Video so laufen wird. Ich hoffe, es funktioniert. Oder vielleicht ist es ihr auch egal. Aber mal schauen. Hey Leute. Was geht? Kann ihr mit? Danja. Hallöchen, Danja. Na, alles klar? Ja, bei dir auch. Ja, alles gut. Also eigentlich nicht, wir sind schon wieder im Knast. Ja, aber wir haben heute eine wirklich wichtige Mission. Ich habe dich schon informiert. Und zwar, ja, gibt es momentan das Gerücht und ich habe es auch schon in ein, zwei Videos gesehen, dass Piggy in Mad City angekommen ist. Das Problem bei Piggy ist, dass sie deinen ganzen Spielstand und dein ganzes Geld löschen wird. Ich weiß jetzt, aber ist das dann so ein, ist das dann ein Bug? Ich weiß nicht, ob es ein Virus oder so ist, aber es scheint irgendwie in Mad City jetzt auch Piggy zu geben. Und ich möchte mich auf die Suche mit dir machen, weil man kann wohl Piggy auch ausschalten. Okay? Aber du musst trotzdem vorsichtig sein und auf das hören, was ich dir sage. Ist das in Ordnung? Ich muss auf das hören, was du mir sagst. Ja. Das ist schon alleine eine Challenge. Ja, deswegen. Aber da musst du bitte drauf hören, okay? Ich gebe mir Mühe, ja. Okay, und das werden wir heute. Wir müssen jetzt erstmal versuchen, natürlich hier zu entkommen. Wieder bei Mad City. Wir sind mal wieder im Knast. Ja. Dann suchen wir mal einen Polizeofficer, der sich ausräumen lässt. Ja, ich... Wir treffen uns vor dem Gefängnis, okay? Mhm. Jeder muss hier seinen eigenen Weg rausfinden. Okay. Guck mal, ob ich hierfür nochmal... Okay. Hier schießt irgendjemand auf mich. Warum schießt denn du auf mich? Ja, das würde ich aber auch machen, bin ich ganz ehrlich. Warum? Ich darf doch gerade raus. Einfach, weil du Danja bist. Okay. Das war nicht so nütz. Ich finde schon. Ich... Ihr habt ja gar nichts getan, ja auch noch auf mich zu schießen. Um Gottes Willen. Hier läuft mir jemand denn nachher und will mich die ganze Zeit erschießen. Kannst du mal bitte... Ja, hier, die... Da draußen. Also hier läuft mir nicht mehr hinterher. Das ist gut. Das ist gut. Komm, ich... Wir müssen hier erstmal raus, Leute. Hier brauchte ich einen Löffel. Hast du zufällig einen Löffel? Ich hab... Nein, ich hab einen Hammer. Wenn du willst, komm mit, dann können wir in... Komm... Komm mal in die Cafeteria. Ähm... Weil wir können aus der Toilette raus. Ich hab einen Hammer. Und... Da können wir dann raus. Ich würde sagen, wir fahren auch erst zur Basis. Ich hab auch den... Ich weiß... Ich kenn auch den Punkt, ähm... Wo Piggy sein soll. Also ist Piggy immer an der gleichen Stelle, oder? Ja, also irgendwo im Umfeld auf jeden Fall. Aber wie gesagt, du musst vorsichtig sein. Ja, ich will ja nicht, dass mein Spielstand gelöscht wird. Ja, zumindest... Also das Geld schon eher, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld du hast. Ach, nur das Geld. Auch das Geld, ja. Gut, so viel ist das bei mir nicht. Hallo. So, ich mach jetzt... Mach's kaputt. Ich mach die Toilette kaputt. Hä? Warum komm ich denn nicht raus? Das ist ja komisch. Du musst E drücken. Ja, mach ich ja. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Ich komm hier nicht raus. Super. Das fängt ja schon mal super hier an. Wahrscheinlich ist das... Es kann auch sein, dass dadurch ein paar Sachen nicht mehr funktionieren bei Mad City, ne? Natürlich auch ein Problem. In Piggy? Mhm. Meinst du, Piggy hat die Toilette kaputt gemacht? Nein, ich meine gewisse Sachen hier. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Und ich hab keine Ahnung, wie. Ja, vor allem nicht... Also ich hab ein Seil. Ah, ich hab auch ein Seil. Ich glaub, kann man da nicht aus der Cafeteria... Warte, warte. Du musst in die Cafeteria? Ja. Und dann, äh, unter so einen Schacht. Mhm. Ne? So eine Abzugs-Dunsthaube oder so, keine Ahnung. Da, wo dieses X platziert ist. Okay. Und da kannst du... Nein! Oh, ich bin so blöd. Jetzt ist mein Seil weg. Was machst du? Ja, weil ich dir helfen wollte! Ich war doch noch gar nicht da. Ja, aber ich musste dir... Wo wolltest du mir denn helfen? Ich bin so blöd. Ach, Mann. Ich bin so blöd. Jetzt musst du das einmal kurz machen. So, okay, danke. Geh hoch! Ja, ich will ja. Aber irgendwie kletter ich jetzt. Ups. Ich bin runtergefallen. Ey. Ach, Tanja. Ach, Mann. Aber ich hab noch... Ich hab noch Dynamit, also... Okay, ich bin jetzt erstmal draußen. Äh, ich würd sagen, ich fahr zur Basis. Wir treffen uns bei der Basis. Mhm. Okay? Ähm. Das Ding ist, ich hab Dynamit, aber ich weiß gar nicht, wo ich mit dem Dynamit rauskomme. Ich hab auch Toilettenpapier, aber ich glaub, das bringt mir nicht so viel. Hier zumindest nicht. Ansonsten ist das sehr, sehr wertvoll, muss man ja sagen, ne? Also ich meine, ich meine, Piggy ist da hinten beim Leuchtturm. Du, ich lass hier grad die Wand explodieren, okay? Ja, mach das. Wir treffen uns bei der Zentrale. Wir müssen, glaub ich, zum Leuchtturm, meine ich. So, also ich bin gerade entkommen. Wo bist du denn? Ich fahr jetzt Richtung Basis. Muss ich mich ein bisschen mit, äh... Vor der Zentrale geht's aber ganz gut ab, sag ich dir. Mhm. Auf jeden Fall. Also, hier ist wieder ganz viel Polizei unterwegs. Und das gefällt mir gar nicht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. So, okay, ich hol mir jetzt meine Sachen. Okay, ich bin soweit. Ich würde aber vorher ganz gerne noch vielleicht... den einen oder anderen Laden ausrauben. Mit Dania zusammen. Damit man das Geld dann verlieren kann. Ja, wobei, vielleicht sollten wir uns erst auf die Suche stimmt nach Piggy machen. Ja. Du, 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 du. Wo bleibst du, Dania? Los! Ja, ich bin unterwegs. Passt halt davon, wenn du einfach ohne mich überall hingurkst. Guck mal, hier ist irgendwie so ein Hafen, so ein Frachthafen. Ja, du musst jetzt... Oh, wo bist du denn? Ich komm jetzt raus. Bei dem Riesenrad bin ich. Riesenrad? Hier, du musst hier vorne hin. Hallo. Wo der Zaun ist? Ach, Dania! Ja, ich bin doch schon unter dem Riesenkott, aber ich kann doch nicht mehr machen, als mich beeilen. Irgendjemand schießt da. Warum schießt? Warum nicht so schießen? Was soll denn das? Ah! Ah! Oh Gott, das will immer diese Helden. Ah, ei, ei, ei. Ist ein Held hier unterwegs? Ja. Der hat gerade die ganze Zeit auf dich geschossen. Hast du das nicht mitbekommen? Nö. Kann man ja mal übersehen. Nö. Kann man ja mal übersehen. Hab ich nicht mitbekommen. Sorry. Ich bin immer noch auf Piggy heute konzentriert. Es kann halt auch sein, dass Piggy vielleicht ein neuer Bösewicht hier ist, aber ich glaube nicht, weil das Spiel soll dann auch ein bisschen... Also es kann ja nicht sein, dass ein Bösewicht komplett dir dein Geld auch wegnimmt. Genau. Mach dich bereit, hol dir deine Kleidung, hol dir vielleicht auch ein bisschen... Hast du genügend Geld, um vielleicht eine Weste zu kaufen? Nö. Brauche ich nicht. Vollkommen unnötig. Jetzt beeil dich. Ja, ey. Oh Gott. Ey, das ist ja... Du bist hier nicht auf einer Shopping-Tour. Du bist nicht bei Shopping-Queen. Okay, bist du soweit? Ich denke schon. Okay, dann komm mal mit. Wir fahren jetzt erstmal Richtung Leuchtturm. Und da ist dein Piggy? Nein, noch nicht ganz. Ähm, sondern man löst damit was aus, aber ich zeig's dir gleich. So, wir müssen jetzt einmal Richtung Leuchtturm fahren. Na, fahr mal los. Also das ist... Es wurde mir erzählt, dass das so eine Art Easter Egg mäßig. Also du musst ein, zwei Sachen aktivieren, damit Piggy erscheint. Und dann? Ist das ein Endboss? Ja, so in der Art. So in der Art. Achso, das hätte ich noch gar nicht gesagt. Der Vorteil daran ist, falls man Piggy besiegen sollte, dann gibt's natürlich auch ein bisschen Cash. Okay, einmal aussteigen. Hast du das schon mal getestet? Ja, ich hab mir so ein Video angeguckt. Da hat das einer getestet. Oder eine. Ich bin mir grad nicht mehr sicher. Warte, warte, du brauchst nicht da hinschwimmen. Hast du ein Boot? Ich kann auch ein Boot spawnen lassen. Okay, 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 okay. Soll ich vorgehen oder willst du? Quatsch, du bist doch hier mutig, oder? Ich komm hier nur... Hey, ich komm hier gar nicht hoch. Ja, super. So, okay. Komm hier nicht hoch. Ja, 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 ja. Warte, 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 warte. Was denn? Da vorne, da vorne. Siehst du's? Siehst du's? Da, 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 da. Los! Wo bist du? Hä? Nein, da ist doch gar nix. Du stehst da auf dem Felsen. Ja, aber hinter dem Leuchtturm. Siehst du das nicht? Oh. Ich denk, du musst ja noch irgendwas aktivieren. Guck, ich bin, äh, ich bin jetzt auf, äh... Ich bin schon direkt auf 10 jetzt. Oh, was? Guck, ich krieg auch, ich krieg auch ne, äh... Ich hab irgendeine Belohnung bekommen. Du kommst auch gar nicht dahinter. Also, komm wir gar nicht... Hä? Wo bist denn du? Okay, das war echt spannend. Okay, du, du hast es nicht gesehen, ne? Nein. Okay, ist egal. Ich hab's aktiviert. Komm, wir fahren jetzt. Was? Und was war da jetzt? Hast du das nicht gesehen? Nein! Was hätte ich denn erzählen sollen? Ich hab dich gesehen, wie du auf diesem Stein standest und nicht weitergekommen bist. Man konnte halt so einen Schatten von, äh, Piggy sehen. Und darauf musste man halt schießen. Äh, okay. Okay, gut. Komm mal mit. Aber wenn ich das jetzt nicht gesehen hab... Ich weiß nicht, ob du, äh, überhaupt, äh... Das war hinter dem Leuchtturm. Warst du überhaupt hinter dem Leuchtturm? Man kommt nicht hinter dem Leuchtturm. Ja, aber hast du's gesehen hinter dem Leuchtturm? Das meine ich. Nein, ich hab nichts gesehen. Ja, da war es doch. Man kommt da aber nicht dahinter. Ja, man kommt da auch nicht hinter, aber man kann es sehen. Und man kann es abschießen. Ich hab's doch gerade gemacht. Ich hab's doch gerade gemacht. Also, was ist dein Problem? Er pifft mich doch. Du hast einfach irgendwo in die Luft geschossen. Jetzt komm mit. Ich zeig's dir jetzt. So. Ich meine, jetzt müssen wir einmal kurz zum Schiff. Okay, okay, okay. Ich, äh, parke hier vorne. Alles klar. Kommst du mit? Ich bin da unten nicht, ja. Komm einfach mit. Wir müssen vorsichtig sein. Es können natürlich immer noch Helden hier auch sein, ne? So, wir müssen jetzt einmal diese Quest hier machen. Die, äh, Shift-Quest. Dass wir hier ein bisschen Geld bekommen. So, wir müssen hier ein bisschen Geld machen. So, wir müssen hier ein bisschen Geld machen. Huch! Hä, was ist denn los? Hä? Oh, ich glaube, das Schiff fährt. Ja, hä? Guck, guck, siehst du? Siehst du, genau das meinte ich. Was meintest du? Hä, was passiert denn jetzt? Ich verstehe es nicht. Ja, da hat ja jemand die Quest wahrscheinlich schon gelöst. Vielleicht macht er auch gerade dieses Piggy Easter Egg. Achso. Okay. Guck mal, weil... Aber jetzt hänge ich doch hier in der Wand, ey. Ja, ich auch. Ich auch. Genau das ist es. Das meine ich halt. Und jetzt gleich muss irgendwann Piggy kommen. Weil du kannst dich nicht bewegen, ne? Wirklich. Ich auch nicht. Nee. Hä? Ups, jetzt bin ich im Saat entfallen. Oh, oh, oh. Ja, ich bin noch auf dem Schiff. Ich bin noch auf dem Schiff. Okay. Ich bin auch raus. Ich wurde rausgekickt. Oh mein Gott. Ich habe gar kein Geld mehr. Ich habe mein Boot gespart. Ich habe kein Geld mehr. Wie sieht es bei dir aus? Ja, geht. Also ich habe jetzt auch nicht super viel. Nein, aber hast du jetzt... Oh, Daniela, du verstehst meine... Achso, nee, ich habe nichts verloren. Nee, ich habe nichts verloren. Ich habe alles verloren. Echt jetzt? Ja. Was hattest du denn vorher? Ich hatte knapp 40.000. Echt jetzt? Und jetzt? Ich habe null. Und ich bin wieder auf Rank 1. Wo bist denn du? Hier vorne. Ich habe auch ein Boot. Keine Sorge. Ja, also hast du es jetzt nicht geschafft, oder was? Nein. Hä? Doch, doch, doch. Du hast es doch jetzt schon nicht geschafft und das Boot ist so weg? Ja, ja. Du veräppelst mich. Du veräppelst mich. Ich glaubte das nicht. Okay. Ich habe kein Piggy gesehen. Ich habe kein Geld verloren. Da war kein Schatten. Du hast auf irgendwas geschossen. Also entweder hast du Wahnvorstellungen. Da, da. Hier, hier ist sie. Hier ist sie. Komm, komm, komm. Hier. Komm, komm hier hin. Hinter dem Haus. Ich sehe dich. Ja, hier ist sie doch. Hier. Kann. Ja, hier. Komm doch hier hin bist du. Guck. Hier ist sie. Hier ist Piggy. Nein. Hier. Guck doch mal zur Tür. Guck doch mal zur Tür. Da ist kein Piggy. Nein. Du bist Piggy. Ich meine zu deiner. Du bist der Bug in dem Spiel. Du nervst. Ich meine zu deiner Tür. Ich meine zu deiner Tür. Im Studio. Nimm mal die Kamera mit, bitte. Warum? Und guck mal bitte. Nimm die Kamera mit und guck jetzt aus deinem Studio. Ja, was bringt mir das denn jetzt? Stehst du da oder was? Ja, wie soll ich da stehen, wenn ich hier mit dir rede? Wie soll das gehen? Das weiß ich dann nicht. Ja. Guck es dir einfach nur an. Ja, ist dann nichts. Ja, ist gruselig. Jetzt, jetzt guck jetzt. Du hast gedacht, ich laufe jetzt in den Spiegel, ne? Ne, jetzt guck mal unter die Couch. Oh Gott, du nervst. Du nervst. Guck mal unter die... Da ist nichts. Und jetzt hinter die Gardine mal kurz. Oh mein Gott, da ist auch nichts und niemand. Oh, du anstrengender Mensch. War das jetzt schon wieder ein Prank von dir? Oh ja, oh ja. War das nötig? Oh ja. War das nötig? Und die anderen wussten auch schon alle Bescheid. Also ich finde, du hast das aber auch richtig schlecht heute gemacht, ne? Du hast dich nicht an das gehalten, was ich gesagt habe. Wir waren auf der Suche nach Piggy und du hast es nicht geschafft. Nein, ich habe alles gemacht, was du gesagt hast. Warte mal. Was ging dir denn vor? Gab es denn zumindest einen Punkt heute? Einen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ja, ich werde Piggy sehen? Ja, am Anfang. Am Anfang, als mir das gesagt hat. Danach habe ich mir nur noch gedacht, was erzählt er da eigentlich für Quatsch? Oh, ich liebe es, ich liebe es. Leute, natürlich gibt es in Mad City kein Piggy. Noch kein Piggy. Ich glaube auch nicht, dass das passieren wird. Oder? Nee, vor allem nicht in dem Rahmen. Ich glaube, dann würde ich niemand mehr spielen, wenn alle ihr Geld verlieren könnten. Oder? Ich glaube auch. Hm. Ich werde gerade angegriffen. Aber Leute, das war es hier heute mit dem Prank an Danja. Danke. Vielen Dank, es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir. Mhm, mir auch. Aber jetzt mal ehrlich, hattest du ein bisschen Angst, wo du aus deinem Studio rausgegangen bist? Na, ich dachte, entweder stehst du da jetzt oder du hast die Maske hingelegt oder du wolltest halt, dass ich in den Spiegel gucke und dann sagst du, äh, da ist Piggy. Aber. Leute, das war es hier heute mit dem heutigen Mad City Video. Wenn ihr Spaß hattet, dann gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Ja. Und, äh, Danja, wer weiß, vielleicht wird dich Piggy in einem anderen Spiel ja erwischen. Wer weiß. Ciao. Ciao. Haha.